Herzlich Willkommen, das ist ein Audiowalk der Museumsstiftung Post und Telekommunikation. Hier ist Tine Nowak vom Museum für Kommunikation Frankfurt und ich bin hier, man hört es schon am Hall, in einer großen Halle im Museumsdepot in Holzenstamm. Und mit mir zusammen macht diesen Audiowalk, Frank Nägel, Sammlungsleiter. Hallo Frank. Hallo Tine. Wir stehen hier tatsächlich in einer ziemlich großen Halle und ich habe auch schon gehört, es gibt Leute in Holzenstamm, da sind wir gerade, die sagen, hier gäbe es ein Museum für Kommunikation. Was ist das hier für ein Ort? Das ist eins von zwei Zentraldepots der Museumsstiftung, in dem wir ab 2000 angefangen haben, die Sammlungsbestände der Museumsstiftung, die wir von der Deutschen Bundespost geerbt haben, hier zusammenzuziehen. Es gibt noch ein zweites Depot in Berlin, in der Ringbahnstraße. Hier in dieser Halle befinden sich eben zum Beispiel Fahrzeuge. Das sieht man auch. Also wir sind hier im Grunde auf einer langen Flucht. Rechts und links ist quasi so ein Weg durch so eine Industriehalle und um uns herum sind alte Fahrzeuge in gelb und in rot, ehemalige Postfahrzeuge. Wenn ich nach links schaue, sind aber auch noch andere Dinge. Auch Postkutschen sehe ich hier schon. Also eine ganze Menge, auch manchmal kuriose Dinge. Auf so einem Überbau gucken mich auch so gelbe Ochsen gerade an. Von schönen bis zu kuriosen ist hier anscheinend allerhand vereint. Einen tut all diese Objekte die Geschichte von Post und Telekommunikation. Es handelt sich um alte Fahrzeuge hier eben der Deutschen Bundespost und ihrer Vorläufer, also der Reichspost. Und die ältesten Fahrzeuge hier zum Beispiel, die sind so aus den 1920er Jahren. Die Postkutschen, die eine Halle weiter stehen. Die sind noch ein bisschen älter. Und dann gibt es hier auch noch Fahrzeuge, die mehr zur Telekom gehören. Also es gibt hier Rundfunk- und Fernsehübertragungswagen. Es gibt Richtfunkwagen oder auch Fahrzeuge, die benutzt wurden, um Fernsprechleitungen zu bauen oder Fernsprechverbindungen aufrecht zu erhalten. Etwa als Notfallvorsorge während der Zeit des Kalten Krieges. Und deswegen gibt es hier so ganz viele unterschiedliche Dinge. Wir kommen ja hier zum Audiowalk zusammen, weil wir nächste Woche nicht hier dieses Sammlungsdepot besuchen können. Jedes Jahr findet ja hier zum Internationalen Museumstag Tage der offenen Tür statt. Was werden wir denn ungefähr sehen? Also wo werden wir ungefähr hingehen? Was haben wir zu erwarten? Gut, wir fangen hier oben bei den Fahrzeugen an und gehen dann runter ins Untergeschoss. Da finden sich etwa ein klimatisiertes Depot für Kunstobjekte, für Gemälde. Dann gibt es Telegrafieobjekte. Und wir bedaunen das natürlich sehr, dass wir dieses Jahr keine Gäste hier begrüßen können. Denn es gibt doch eine treue Fangemeinde für diese Veranstaltung, die wir schon seit fast 20 Jahren durchführen. Denn das Problem für ein Museum ist natürlich, die Plätze der Ausstellung sind irgendwie begrenzt. Und wir können höchstens fünf Prozent vielleicht ausstellen. Der Rest steht im Depot und wird dann vielleicht ausgetauscht. Aber manchmal dauert es ja 15 Jahre, bis mal so eine Dauerausstellung zum Beispiel gewechselt wird. Und dann verschwinden die Sachen eben halt für sehr lange. Und dann gibt es manche Objekte, die haben auch treue Fans. Die vermissen es dann und haben dann wenigstens einmal im Jahr Gelegenheit, sich das hier anzugucken. Also da, wo wir jetzt stehen, das ist sozusagen im Eingangsbereich von dieser großen Halle. Wie würde das normalerweise nächsten Samstag, nächsten Sonntag? Ist es zweitagig, eintagig? Es ist normalerweise an einem Tag und hängt natürlich immer ein bisschen vom Wetter ab bei so einer Veranstaltung. Aber so ungefähr 700 Besucher kommen hier über den Tag und hier in der Halle. Da kann man sich frei bewegen, weil die Fahrzeuge, die stehen groß auf Abstand. Da kann man selber durchlaufen. Das ist im Grunde genommen so ähnlich wie im Museum, nur dass es eben nicht so schön didaktisch aufbereitet wird und mit Texten erklärt, sondern das ist halt ja eine Lagereinrichtung. Und unten im Untergeschoss, da gibt es nur Führungen. Das heißt, wir haben dann immer Gruppen von ungefähr 20 Personen und wir führen die dann, eine nach der anderen, führen wir dann die Besucher unten durch. Und draußen findet üblicherweise noch das internationale Treffen der Postmuseums Oldtimer statt. Das heißt, man kann sich auch draußen alte Autos angucken. Dann gibt es auch noch andere Aktionen. Und wir haben natürlich auch einen unserer fahrbaren, fahrbaren, breiten Postbusse. Mit denen kann man dann hier einmal eine kleine Tour durchs Häusenschlamm machen. Wir können uns schon aber auf 2021 freuen. Wir hoffen einfach mal, dass dann das alles wieder so möglich ist. Und wenn ich das richtig verstanden habe, machen wir eigentlich so eine Führung, wie man sie aber sonst auch an so einem internationalen Museumstag machen könnte als Besucher. Genau. Dann würde ich mal sagen, starten wir mal los. Wo geht es denn normalerweise zuerst hin? Also wir sind immer noch hier im Eingangsbereich der Halle, wo die Fahrzeuge stehen. Und normalerweise würde ich jetzt eben erstmal was zu der großen Masse gelber Fahrzeuge erzählen, die man hier sehen kann. Und meistens fragen die Besucher auch schon als erstes, ja, die sind ja hier alle gelb. Aber das Fahrzeug, vor dem wir hier direkt stehen, das ist ja zum Beispiel rot, knallrot. Und dann fragen sich die, was hat das mit der Post zu tun? Das hat was damit zu tun, dass in der Zeit des Dritten Reiches, also nach 1933, die Postfahrzeuge in Anführungszeichen in der Farbe der nationalsozialistischen Bewegung umlackiert wurden. Und das heißt, zwischen 1935 und 1945 waren die Postfahrzeuge alle rot und wurden danach wieder alle gelb umlackiert. Und da gibt es ganz viele Objekte, ältere Briefkästen zum Beispiel, die so eine ganz typische Farbfolge haben, die noch in der Kaiserzeit zum Beispiel blau waren, wurden in der Weimarer Republik gelb. Dann wurden sie rot und dann als die Bundesrepublik gegründet wurde, dann wurden sie wieder gelb. Und diese Farbtreppe zeigt dann schon auch was über die Geschichte dieses einzelnen Objektes. Und auf der linken Seite, darauf sind wir besonders stolz, das ist eine große Sammlung von Elektrofahrzeugen, die zurückgeht bis ins Jahr 1925. Das heißt, es sind auch sehr alte Elektrofahrzeuge dabei, weil die Post zu den Unternehmen gehört hat, die sehr lange und sehr intensiv Elektrofahrzeuge eingesetzt hat, weil man ja zum Beispiel für die Paketzustellung gar nicht so schnell fahren muss und auch nicht so lange Strecken zurücklegen muss, wie sagen wir mal von Hamburg nach München, sondern man fährt dann am Tag 50 Kilometer. Das hat man damals auch mit Bleiakkus geschafft. Ich habe eben gerade Frank Nägel an mein Krofonkabel hinter mir hergezogen. Wir haben die Möglichkeit, durch die langen Kabel mit schönem Abstand hier durch die Hallen zu gehen, weil ich wollte mal ein bisschen näher zu diesem Paketwagen gehen, damit man sich das mal so ein bisschen vorstellen kann. Also sie sind schon so wie so ein bisschen Sprinter quasi, auch groß, das ist gelb. Bergmann, zwei Bergmänner stehen vor mir. Wahrscheinlich ist der dritte, der hier auch einer oder was haben wir hier? Nein, das ist Hansa Lloyd, der kommt aus Bremen. Aha, und da steht auch was ganz Merkwürdiges davor, so eine Kiste. Ja, das ist so ein sogenannter Batterietrog, also ein Riesending. Heute geht es ja bei Elektroautos darum, eine möglichst hohe Energiedichte zu erreichen. Das heißt, in den Nitium-Ionen-Akkus moderner Elektrofahrzeuge, da steckt ganz viel Power drin. Das hat man hier nicht, sondern in diesem Batterietrog waren die Zellen drin. Und das sind tatsächlich Bleiakkus, wie man sie im Grunde auch als Starterbatterien heute noch einsetzt. Das heißt, nicht das Fahrzeug wurde aufgeladen, sondern der Batterietrog wurde rausgenommen und ausgetauscht gegen einen frisch Aufgeladenen. Und den schaffte man dann mit so einem speziellen Hubwagen einfach in so eine Halle. Und das war natürlich ganz praktisch, weil es doch dann das Auswechseln so eines Batterietrogs ja viel schneller ging als das relativ langwierige Aufladen so einer ganzen Batterie. Das dauerte natürlich damals viel länger als ein Tesla. Das hat mindestens mal über Nacht gedauert, bis so eine Batterie wieder voll war. Ja, man muss sich so vorstellen, dass diese Batterie, die steht auf so einer Euro-Palette und so groß ist die auch vielleicht dreimal so hoch. Und man sieht auch hier dieses Auto, das Fahrzeug ist von 1928. Mich überrascht das jetzt nicht, weil ich natürlich letztes Jahr die Ausstellung zur Elektromobilität gesehen habe. Aber ich glaube, dass viele Leute, die damals Museum kamen, ganz überrascht waren, dass Elektromobilität, das ist ja irgendwie so ein Trendthema der letzten Jahre, schon so alt ist. Und dass es da tatsächlich schon mal Autos gab, die da durch die Stadt gefahren sind. Sind es auch so Fragen bei Führungen, die da gestellt werden? Oder kommen zu euch so hoch spezialisierte Besucher und Besucherinnen, die wissen das alles schon? Nein. Also es gibt natürlich immer besonders interessierte Besucherinnen und Besucher, die sich zum Beispiel für Telefone interessieren. Aber man kann gar nicht sagen, dass wir hier nur Fachbesucher haben. Ganz im Gegenteil. Sondern wir haben ja ganz viele Kinder auch am Ecom-Tag. Denn das ist einfach auch toll anzusehen, die Fahrzeuge. Und durch die Postkutschen oder die Fahrten auch mit dem Postbus gibt es eigentlich auch immer ein breites Kinderprogramm, was Teil unserer Aktivitäten hier ist an diesem Tag. Zum Beispiel beim Ecom-Tag. Mein Schwager kommt regelmäßig dann auch hierher, auch weil er fotografiert. Und er liebt es hier, die Hallen zu gehen, um Fotos zu machen von diesen ganzen vielen gelben Fahrzeugen. Ja, die haben natürlich auch viele schöne Details. Manche sind ja auch so kurios, wenn man zum Beispiel noch mal auf diese Elektroautos guckt. Die sehen ja ganz aus wie, ich sage mal, ein normales Auto mit Verbrennungsmotor, mit so einer riesen Schnauze vorne. Und die haben vorne so einen Scheinkühler, nannte man das. Aber da ist gar nichts drin. Wenn man die Haube aufmacht, ist es leer. Da ist nichts drin. Leer. Und der Kühler, der hier so aussieht wie, als wäre da Wasser drin. Das ist einfach nur eine Blechattrappe. Könnte man da Gepäck drin transportieren? Ah, naja. Wie man hier in dem aufgeklappten Beispiel sieht, hat man da dann noch so ein paar Schaltelemente untergebracht. Im Grunde genommen wäre Platz genug, um noch was reinzustopfen. Hätte man mich mal damals gefragt. Ja. Wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen einfach eine Halle weiter zu den Postkutschen. Ich meine, klar, wenn man Post hört, dann verbinden viele natürlich auch Postkutsche damit. Da bist du das heute natürlich gar nicht mehr so selbstverständlich. Heute bringt die Post nur Briefe und Pakete. Das ist ein reiner Logistikdienstleister. Aber über viele, viele Jahrhunderte, muss man sagen, war die Post einer der wichtigsten Anbieter für Personenverkehr. Das heißt, seit dem Dreißigjährigen Krieg hat man das existierende Postnetz, was mit Reitern Briefe transportiert hat, erweitert, um Kutschen, in denen Leute mitfahren konnten und hat einfach die Infrastruktur genutzt aus den Poststationen. Und dann fuhren eben statt der Reiter fuhren jetzt Kutschen. Und dann war die Post der wichtigste Fernverkehrsträger, also etwa seit 1648, weit über die Erfindung der Eisenbahn hinaus. Denn früher war die Postkutsche im Prinzip das einzige Verkehrsmittel, mit dem man sozusagen nach Fahrplan fernreisen unternehmen konnte. Zum Beispiel von Berlin nach Frankfurt reisen oder von München nach Mailand. Und seit es aber die Eisenbahn gibt, wurden die Postkutschen eben zu einem Zubringer, Regionalverkehrsträger. Und das hat sich dann später, also nach dem Ersten Weltkrieg, mit den Postbussen fortgesetzt. Heute machen das Nahverkehrsunternehmen. Wir sehen, also diese Postkutschen sind ja hier in der Halle eine nach der anderen aufgereiht. Und wie du gesagt hast, es gibt solche Postkutschen, die sind so ganz offen mit so einem Verdeck, was man auf und zu machen kann. Dann gibt es richtige Paketwagen. Und dann gibt es so geschlossene Postkutschen, wie man die vielleicht auch so auf Filmen kennt. Was dauert denn so eine Reise von Frankfurt nach Darmstadt, nach Berlin nach Frankfurt? Wie kann man sich das vorstellen, wie lange man da so unterwegs gewesen ist? Das Faszinierende ist, dass es natürlich auch die Reisezeiten sich auch mit der Postkutsche immer weiter verkürzt haben. Also ursprünglich hatte man sich so mehr dem Takt der Briefreisezeiten angepasst. Also da musste man mit vielen Zwischenstops und Zwischenübernachtungen rechnen. Aber spätestens so ab den 1820er Jahren fing man dann an mit den Eilposten, die im Grunde bei Tag und bei Nacht durchfuhren. Und dann brauchte man eben für von Frankfurt nach Berlin 25 Stunden. Normalerweise fahre ich jetzt, was weiß ich, sechs Stunden nach Berlin, fahre jetzt nicht so schnell. Ja, das ist schon ein ordentliches Tempo, das da vorgelegt wurde. Man hat halt entsprechend Pferde vorgespannt, die in Stops immer ausgewechselt wurden. Trotzdem war das Reisen bei den damaligen Straßen, war natürlich, also wenn man ankam, war man wie gerädert. Wir sind jetzt ein bisschen weitergelaufen, wenn du erzählt hast, und es ist jetzt plötzlich nicht mehr gelb, sondern die dominierende Farbe gerade ist dunkelblau. Und wir haben hier so eine ganz schöne Konstruktion. Und zwar, das sieht so aus wie so ein Kamerawagen, wie von so einem Filmset. Was hat denn das mit der Post zu tun? Ja, das sind Rundfunk- und Fernsehübertragungswagen und hier speziell vorwiegend aus der früheren DDR. Das hatte was damit zu tun, dass in Westdeutschland ja die Rundfunkanstalten, also zum Beispiel der HR oder der WDR oder RBB, die haben ihre Sendungen mit eigenem Personal selber produziert. Das heißt, sowohl die Journalisten, Redakteure wie auch die Tontechniker, Kameraleute, das sind alles Angestellte der Rundfunkanstalt. In der DDR war es ein bisschen anders organisiert. Da waren Journalisten und Redakteure, die waren Angestellte sozusagen des Rundfunk- bzw. Fernsehkomitees, wohingegen alle technischen Mitarbeiter, also auch Maske, Beleuchter, das waren Angestellte der Post und die sorgten dann für die gesamte Sende- und Übertragungsinfrastruktur. Und in diesen Wagen sind mobile Sendestudios, also für Rundfunk, für Fernsehen und in diesen monströsen Anhängern, diesen großen blauen, sind auch ganze Sender, mit denen man dann dann direkt das auch abstrahlen konnte. Das sieht jetzt hier ein bisschen nach Militär aus. Das ist plötzlich sehr grau geworden. Auch nochmal so riesen Satellitenschüsseln. Was ist das? Hat das was mit Militär zu tun? Das hat nichts mit dem Militär zu tun. Höchstens so ganz entfernt, weil in der Zeit des Kalten Krieges, eigentlich Abgründung der Bundesrepublik, war natürlich die Angst von der bewaffneten Auseinandersetzung mit der Sowjetunion allgegenwärtig. Und da betrieb man natürlich Daseinsvorsorge für den Ernstfall. Und dafür gab es den sogenannten Fernmeldenotdienst. Das heißt, in diesen Fahrzeugen sind funktionsfähige Einrichtungen, also zum Beispiel Vermittlungsstellen, Verstärker und so Übertragungseinrichtungen drin. Und mit denen hoffte man dann, wenn dann die Bundesrepublik angegriffen wird, die Infrastruktur aufrechterhalten zu können, sozusagen also eine Ersatzeinrichtung zu haben. Viele dieser Fahrzeuge haben nur ganz wenige Kilometer auf dem Tacho. Also die haben ihr ganzes Leben lang in der Halle gestanden und wurden dann einmal im Monat bewegt, damit sie nicht kaputt gingen. Kam dann nie richtig zum Einsatz. Nach der Privatisierung hat man das eigentlich abgeschafft. Natürlich gibt es auch heute bei der Telekom noch so ein Notfallmanagement, aber das ist einfach nur dazu da, um bei Betriebsstörungen irgendwo Lücken zu stopfen und nicht mehr so eine ganze Infrastruktur irgendwo in reduzierter Form nachzubauen. Was sehen wir hier oben noch und wo gehen wir runter in die anderen Depoten? Wir sind jetzt eigentlich schon auf dem Weg nach unten. Hier oben gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel zu sehen. Hier am Ende noch einige riesige Antennen, die vielleicht vier Meter hoch sind, Richtfunkantennen, sogenannte Hörnchen. Und das sind Objekte, die halt nur hier in dieser Halle stehend untergebracht werden können. Und dann sind wir schon auf dem Weg nach unten. Wo müssen wir lang? Durch diese Tür. Okay. So, jetzt sind wir hier in den Personalbereich. Ja, hier gibt es eine schmale, steile Treppe. Denn das hier war ein Gebäude, was gar nicht auf Besucher eingerichtet war. Das war mal ein Fernmeldezeugamt. Heute würde man sagen Logistikstützpunkt. Und da gibt es schon die nächste Tür. So, da wird uns ein Schlüssel gereicht. Dankeschön. Die Tür ist sehr gut verschlossen. So, und jetzt kommen wir durch. Okay, was sehen wir hier? Wir haben hier lauter Paletten. Ich würde sagen, mit Geräten. Das sind Sachen, die noch nicht richtig kategorisiert, einsortiert, inventarisiert sind und noch bearbeitet werden müssen. Deswegen stehen die hier auf Paletten auf dem Gang und warten, dass einer der Kolleginnen oder Kollegen sich ihre annimmt. Aber wir sind hier auf dem Weg in eines der ersten großen Depots hier im Untergeschoss. Hier zum Beispiel beschäftigt sich ein Kollege gerade mit Videotelefonie, also Bildtelefonie. Ein Thema, was ja in der Corona-Krise ungeahnte Aktualität bekommen hat. Ein Thema, für das sich sonst nie jemand interessiert hat. Jetzt aber nutzen alle Zoom und andere Tools. Und hier sieht man die Anfänge. Riesengroße Röhrenmonitore mit Kühlschrank großer Elektronik, die dazugehört. Und das arbeiten wir zurzeit für eine kleine Ausstellung im Internet bei Google Arts & Culture auf. Das können sich die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer demnächst anschauen. Videotelefonie, das war damals aufwendige Technik. Und heute steckt es ja in jedem Smartphone winzig drin. Und hier sieht man überhaupt mal, was man anfangs meinte, für einen Aufwand treiben zu können. Aber der Aufwand, der da getrieben werden musste, war auch gleichzeitig der Grund, weshalb es sich in den 70er oder 80er Jahren nie durchgesetzt hat. Also im Grunde sind wir ja auch hier gerade aus so einem langen Gang unterwegs. Das spiegelt sich so ein bisschen mit dem, was wir oben in der Halle hatten. Nur, dass rechts und links einerseits so Euro-Paletten sind, aber auch so Schränke. Jetzt kommen so Tische, wo auch Geräte draufstehen. Und lustigerweise sind ja auch so Sachen wie, ich habe eben gerade schon irgendwo ein Fahrrad gesehen. Naja, es sind 15.000 Quadratmeter. Da ist man schon mal einen Moment unterwegs. Und für Kollegen, die eben mal nur schnell was nachsehen wollen, die benutzen gern auch schon mal lieber einen Tretroller, als dass sie fünf Minuten laufen, um vom einen Ende des Depots an das andere zu kommen. Jetzt sind wir in eines dieser Depots eingetreten. Was genau, wie muss man sich das hier vorstellen? Ja, auch das ist ein etwas, etwa drei Meter hoher, etwa 1000 Quadratmeter hoher Raum. Dieser Raum wird normalerweise klimatisiert und dient zur Aufbewahrung vornehmlich von besonders empfindlichen Materialien, also zum Beispiel Holz, Textilien. Deswegen sind hier auch die Gemälde untergebracht. Hier ist auch die Filmsammlung untergebracht und die ältesten, überhaupt die ältesten Stücke unserer Sammlung sind hier in diesem Raum untergebracht. Wir sind jetzt schon abgebogen an lauter Schränken vorbei und du öffnest gerade einen Gitterverschlag, der irgendwie speziell aussieht. Ja, in diesem abgetrennten Bereich sind an so ausziehbaren Gitterwänden ungefähr 400 Gemälde aufgehängt. Also der Teil, der gerade nicht im Museum drüben ausgestellt wird. Ja, wie ich schon sagte, 95 Prozent der Objekte hängen leider hier im Depot und deswegen gibt es hier manche interessante Stück zu erkennen. Zum Beispiel, nehmen wir einfach mal beliebig, das hier, was hier zufällig auf dem Wagen steht. Dieses Objekt wird ganz besonders oft ausgeliehen von uns, weil es ein sehr bekanntes Gemälde ist. Nicht, weil der Künstler so besonders bekannt wäre, das ist nämlich Karl Salzmann, aber dieses Gemälde zeigt die erste elektrische Straßenbeleuchtung in Berlin am Potsdamer Platz 1884. Also das heißt, wo das erste Mal in einer deutschen Stadt es überhaupt elektrisches Licht gab. Und dieses Nachtstück, so würde man das kunsthistorisch bezeichnen, hat deswegen eine besonders hohe Bedeutung, weil es davon gar keine Fotografien gibt. Also konnte man auch schlecht fotografieren. Also Nacht mit so einer funzeligen Straßenlaterne. Davon gibt es keine Fotos, davon gibt es nur dieses Gemälde. Ich kann mich erinnern, ich war vor ein paar Jahren in Berlin, im Berliner Stadtmuseum, in einer Ausstellung zur Ektrifizierung, ich glaube der Stadt. Und das wäre jetzt so der Rahmen, wo es sonst vielleicht so ein Gemälde besonders gerne sich ausländen würde. Genau. Das wird also gar nicht von einem anderen Kommunikationsmuseum ausgeliehen, sondern dieses Museum hatte aus purem Interesse das damalige Reichspostmuseum, unsere Vorläuferinstitution, schon erworben. Und wenn es jetzt etwa um das Thema Nacht geht oder eben um Elektrifizierung, dann kommen andere Museen Fragen an und dann leihen wir ihnen das Bild aus. Was ich eben auch gesehen habe, neben den ganzen Gemälden, und ich sehe auch, das sind ältere Gemälde, das sind auch zeitgenössischere Gemälde, habe ich aber hier hinter dem einen Schrank alte Bekannte von uns beiden entdeckt, die auch im Museum zu sehen sind. Ich bin ganz überrascht, dass sie hier stehen. Da stehen drei der Telefonschafe. Was machen die denn hier? Warum sind die denn nicht auch im Museum? Die Installation im Museum von Jean-Luc Cornec, Tribut mit Namen, die ist tatsächlich vollständig, also so wie der Künstler sie aufgebaut hat, aber diese Installation entstammt einer wesentlich größeren Ensemble, von dem das Museum im Jahr der Entstehung nur ein Teil angekauft hat. Und diese drei, die haben wir im vergangenen Jahr geschenkt bekommen, nämlich von jemand anderem, der die damals im selben Jahr wie wir unsere gekauft haben, auch erworben hat. Der Besitzer war ein Telefonbuchverlag und der hat uns die im vergangenen Jahr geschenkt. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber diese Telefonschafe, die sind regelmäßig irgendwie voll der Hit im Internet. Also bei Twitter, bei Instagram werden die regelmäßig immer mal wieder so geteilt, weil Leute die so kurios finden. Ja, ich fürchte allerdings fast, die Begeisterung wird irgendwann zu Ende sein, nämlich in dem Moment, in dem es gar keine Leute mehr gibt, die das Material dieser Telefonschafe, nämlich diese gedrillten Telefonschnüre, noch kennen. Heute benutzen ja viele nur noch ein Smartphone und haben vielleicht gar keinen Festnetzanschluss mehr zu Hause. Und wenn sie einen Festnetzanschluss haben, dann ist es meistens ein schnurloses Telefon. Und kaum jemand hat noch so einen richtigen feststehenden Apparat, der mit so einer Schnur mit geringem Aktionsradius festgedübelt ist und wo es dann so eine gewendelte Hörerschnur gibt. Und aus vielen, vielen Hunderten dieser gewendelten Schnüre hat der Künstler diese wollige Anmutung dieser Schafe erschaffen. Genau, und der hat so ein altes Telefon, so die sogenannte graue Maus, ist es die, als Kopf draufgesetzt. Also das ist schon ganz charmant. Und ich würde mit dir wetten wollen, dass auch wenn man diese Telefone gar nicht mehr kennt, dass dieses Schaf, weil es so nach Schaf aussieht, trotzdem Leute begeistern wird, die vielleicht 30 Jahre jünger sind als ich jetzt. Aber das wird die Zeit zeigen. Das wird die Zeit zeigen. Man weiß es nie. Wie man ja bei der Videotelefonie schon gesehen hat, manche Themen gewinnen plötzlich eine Aktualität. Das kann man oft gar nicht so im Voraus sagen. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel an diesem Regal vorbeigehen, in dem Verschlüsselungstechnik steht. Also wir haben zum Beispiel mehrere Enigmas, so legendäre Verschlüsselungsmaschinen aus dem Zweiten Weltkrieg. So muss man sagen, vor ungefähr 20 Jahren war Kryptografie ein Nischenthema für Militärs und Geheimdienste. Und niemand hat sich dafür interessiert. Heute benutzt ja jeder von uns Kryptografie jeden Tag. Dein Telefon, dein Handy, das ist ja gar kein Telefon. Das sieht nur so aus. In Wahrheit ist es ein Funkgerät, bei dem dank Verschlüsselung nicht jeder zuhören kann. Und deswegen nutzt jeder von uns jeden Tag Verschlüsselungen, ob mit der Kreditkarte oder im Internet. Und plötzlich ist dieses Thema brandaktuell geworden. Und so geht es halt mit vielen Sachen. Aber ich glaube, das Thema Enigma ist auch wirklich was, glaube ich, wie Kinofilme auch so ganz populär geworden. Bei uns kann man die sich aber angucken. Also es gibt ja auch eine Google-Ausstellung dazu. Es gibt eine Google-Ausstellung und es gibt auch einen eigenen Teil in der Dauerausstellung dazu. Die hast du gemacht, oder? Die habe ich gemacht, ja. Und hier, wir sagten es ja, Magazin O wird normalerweise klimatisiert. Hier stehen unsere ältesten Objekte. Und die ältesten Objekte aus dem Bereich der Kommunikationstechnik, die wir haben, sind natürlich Telegraphen. Das ist für uns ein ganz wichtiges Thema, weil vor der Telegraphie gab es ja überhaupt gar keine Möglichkeit, synchron miteinander zu kommunizieren. Man konnte halt einen Brief schreiben. Den gab man dann auf die Post. Das heißt, der fuhr mit der Postkutsche. Eisenbahn gab es eigentlich noch nicht zu dem Zeitpunkt. Jedenfalls noch nicht großflächig. Und dann dauerte es vielleicht eine Woche, bis der Brief beim Empfänger war. Und dann schrieb der, antwortete. Und dann hatte man nach einer Woche, hatte man vielleicht wieder Antwort. Das dauerte also 14 Tage. Und wenn man nach Amerika schrieb, dann dauerte es noch länger. Dann war das mit dem Segelschiff, war das bei vier Wochen unterwegs. Und dann hatte man nach zwei Monaten Antwort. Und mit der Telegraphie änderte sich das schlagartig. Und die Menschen haben damals was erlebt, was wir heute Globalisierung nennen. Nämlich so einen ungeheuren Beschleunigungsschub. Einfach durch die Möglichkeit, eine Nachricht zu schreiben. Man muss einfach nur Telegram-Boten schicken oder am Postamt ein Telegram aufgeben. Und das ist dann in einer Stunde beim Empfänger. Und dann hat man nach zwei Stunden eine Antwort. Und nach zwei Stunden hat man auch eine Antwort aus Amerika jedenfalls, als man dann die ersten Kabel verlegt hatte. Und hier ist es im Grunde ganz einfach. Es ist eine Taste und ein Elektromagnet mit einem Schreibhebel dran. Und wenn man da drauf drückt, schließt sich einfach ein Stromkreis. Und der Elektromagnet zieht dann einen Schreibstift auf das Papier und schreibt dann eben diese berühmten Morsezeichen aus Punkten und Strichen einfach auf so einen schmalen Streifen Papier. Und der Postbeamte übersetzt es dann in normales, lesbare Schrift. Und dann kriegt man das zugestellt. Ganz einfach. Ich meine, wir haben ja eben schon den Jebel gehört. Aber das gehört zu einem Tisch. Also es ist im Grunde so ein Holztisch mit der Apparatur, also wie draufgeschraubt. Ist es wahrscheinlich auch? Es ist richtig draufgeschraubt, ja. Das ist jetzt ein historisches Objekt. Das ist auch hübsch. Also wenn ich so eins geschenkt bekäme, würde ich es jetzt nicht zum Sperrmüll tun, sondern das würde ich irgendwo schön hinstellen. Gut, das sieht natürlich wertvoll aus. Einerseits, weil man auch schönes Holz verwendet hat. Also hier zum Beispiel, also man hat oft auch hier etwa für so einen Telegrafen-Tisch dauerhaftes Tropenholz verwendet. Das hat einfach eine schöne ästhetische Qualität. Das Messing, das polierte, das blinkt schön und das macht schon auch einen ästhetischen Eindruck. Und man kann es auch relativ leicht verstehen. Es sind ja nicht viele Sachen auf so einem Tisch drauf. Es gibt so die Taste und dann gibt es halt den Relais vom Schreiber und dann gibt es noch so ein Instrument mit so einem Zeiger. Das zeigt, fließt Strom oder fließt kein Strom? Hat man überhaupt Strom? Kann es funktionieren? Und das ist es eigentlich schon. Mehr gibt es nicht. Was ich mal am faszinierendsten finde an der Telegrafie, abgesehen jetzt von der Technik an sich, ist es, dass da Leute sitzen, die so durchhören. Und die hören ja, das ist ja nicht nur, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die die Punkte und Striche sehen. Die können teilweise durchhören schon mit Schreiben quasi, was da gefunkt wird. Ja, also das mit dem Schreiben, das war für Morse, der Samuel Morse, der das erfunden hat, eigentlich der entscheidende Vorteil seines Systems, weil das schrieb ja mit. Und dann hatte man tatsächlich auch einen Beleg über das, was empfangen wurde. Das war auch für die Deutsche Reichspost ganz wichtig, die sehr, sehr lange auch daran festgehalten hat, diese Sachen tatsächlich aufzuschreiben. In den Vereinigten Staaten zum Beispiel war man viel pragmatischer, als man nämlich spitzkriegte, dass mit einiger Übung man das gar nicht aufschreiben muss, sondern ein Telegrafist das hört, die Signale dann einfach direkt auf das Papier schreiben kann. Dann kann man sich nämlich diesen teuren Schreiber einfach sparen und braucht nur noch so ein Relais mit so einem Klapperkasten dabei, der das so ein bisschen, also man sieht das hier an diesem Objekt hier, das ist einfach nur so ein Holzkasten, wo das Relais drinsteht und wie so eine Art Lautsprecherbox richtet der den Schall an den Beamten oder an die Beamtin, die da sitzen und die schreibt dann halt einfach nur mit. Und man braucht gar keinen Morseschreiber mehr, wo man Punkt und Strich auf dem Zettel schreibt. Wir sind ja jetzt schon eine ganze Weile hier durch die Sammlung unterwegs. Mir bleibt nichts anderes übrig, als mich zu bedanken. Und ich kann eigentlich nur empfehlen, seid aufmerksam, schaut, wann immer es wieder mal Führungen geben wird. Denn es gibt auch regelmäßig Führungen zu normalen Zeiten in der Sammlung. Und wenn nicht, hoffe ich, dass ihr euch die Gelegenheit nicht nehmen lasst und nächstes Jahr zu einem dieser offenen Tage kommt zum nächsten Internationalen Museumstag. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.